10 Mom Jenelle wieder schwanger? Zum vierten Mal, ist 10 Mom Jenelle wieder schwanger? Wird Jenelle Evans etwa wieder Mutter? Der 10 Mom-Star ist bereits das Oberhaupt einer regelrechten Großfamilie. Mit süßen 17 Jahren bekam sie Söhnchen, 8, als zweiter folgte Sohnemann, 4, und erst im vergangenen Jahr brachte sie ihre erste Tochter zur Welt. Mit den beiden Kindern von Ehemann David Elson hat also schon eine ganz schöne Rasselbande zu Hause. Jetzt könnte es aber sein, dass ihre Familie sogar noch größer wird, soll angeblich wieder schwanger sein. Das behauptete jetzt zumindest in einem Facebook-Post. In einem Sozialmedia-Video der 26-Jährigen wollten einige Fans einen kleinen Barbie-Bauch erkannt haben. Das brachte die Gerüchte Küche natürlich ordentlich zum Brodeln. Auf die Frage, ob tatsächlich wieder schwanger sei, antwortete, ja, in der 13. Woche. Außerdem verriet er, es wird ein Mädchen. Ob das wirklich ernst gemeint war? Immerhin ist dafür bekannt, sich gerne mal einen Scherz mit seinen Fans zu erlauben. Außerdem passt eine so schlichte Schwangerschaftsankündigung doch eigentlich gar nicht zu dem Reality-Pärchen. Cheg auf die Welt. Bis zum nächsten Mal.